netz wohnen ein Kind Gott, ich hasse Kinder redet nicht mit dem also Matt möchte uns umbringen, Matt hat sich eine Waffe besorgt oder sucht nach einer Waffe und wir sollen es wohl irgendwie verteidigen beziehungsweise dafür sorgen dass er uns nicht umbringen kann weiß nicht, das Blech und das T-Shirt schieben oder diese Nagelpistole besorgen oder zur Polizei gehen ich weiß es nicht wir gucken uns mal ein bisschen um ob sich irgendwas geändert hat ob Sally wieder da ist ne ich frag mich ja auch wo die sich den ganzen Tag über rumtreibt die ist so selten auffindbar also ne Waffe besorgen würde ich ja eigentlich bei Mel machen oder in der Pfandleihe das ist für gewöhnlich die die leichteste Methode eine nicht registrierte Waffe zu bekommen hast du einen psychotischen besoffenen mit einer Brille und einem Afro irgendwo gesehen? keine Ahnung keine Ahnung sprechender Briefkasten super Mel? Hallo Hallo kann ich was für dich tun? hat bei dir jemand heute ne Knarre gekauft? ja bin fast sicher weißt du noch wer genau? hm hm hallo kann ich was für dich tun? ja scheiße ich will ne Knarre kaufen und dich umnieten ja genau wie dieser andere Typ welcher andere Typ? weißt du wie er heißt? glaube nicht der hat es eilig weißt du noch wie er aussah? woher soll ich das wissen? kann ich nicht jeden besoffenen merken der ne Knarre bei mir kauft okay besoffen dann war es was wenn dich jemand ausraubt? ist noch nie passiert außer warte mal hm oh man ich werde ständig ausgeraubt ach erinnerst du dich an den Typen der die Knarre gekauft hat? hm hm hallo kann ich was für dich tun? der Typ mit der Knarre verdammt nochmal wer war das? ey mach mich nicht an ja hab schon gesagt dass ich mir Gesichter nicht merken kann besonders besoffene Gesichter sehen für mich alle gleich aus aber aber wenn du mir ein bisschen auf die Sprünge hielst weiß nicht wenn du was hättest was mich an den Typen erinnert kann ich dir vielleicht weiterhelfen etwas was an den was ihn an den Typen erinnert sein Portemonnaie haben wir ja gar nicht mehr ne? wir haben Zeitungsartikel mit seinem Gesicht drauf ich bin doch hier nicht der Zeitungslieferer wir haben Zeitungsartikel mit seinem Gesicht drauf Junge stell dich doch nicht so dumm an theoretisch müsste das gelten guck mal hier Gesicht Diverse andere Artikel mit seinem Gesicht irgendwas was ihn an ihn erinnert also ein fetter Afro oder was? oder ne Brille? spinnst du? ich hab schon mein Opfer ausgesucht hm ach mein Sturm Captain Red das geb ich nicht weg nö 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 das geb ich nicht weg hm also ich wüsste nicht was davon an Matt erinnern sollte eigentlich nichts davon nochmal zu seiner Wohnung zurückgehen oder vielleicht hat er was in der Kneipe oder sowas liegen gelassen hm ein Bild von ihm ja das könnte funktionieren kein Interesse kein Interesse wo kommst du jetzt her? ich ähm ich will wissen wer du bist und was zum Geier du hier treibst ich verwette meine Marke dass du hier nichts zu suchen hast naja wissen sie ich weißt du mir reicht's jetzt schon mit dir du bist festgenommen was? glaube ich nicht Kumpel ach nicht? nee ich war hier immer willkommen das ist schwer vorstellbar warum hassen sie mich denn so? sie kennen mich nicht mal ich sehe das an deinen Augen ich weiß nicht genau was es ist aber ich verachte dich und das wird sich auch nicht ändern okay warum bin ich festgenommen? weil's mir Spaß macht reicht das? nein haben sie mal überlegt dass mich auch jemand der hier wohnt eingeladen haben könnte und ich jetzt nur nach Hause gehe? nein das steht dir ins Gesicht geschrieben du hast irgendwas vor okay ich beweise es ich hole meinen Freund und er kann sie ihn bestätigen du solltest mich lieber nicht verscheißern glaub mir du willst keinen Ärger mit mir äh natürlich natürlich nicht scheiße 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 ich muss hier raus wie gut dass niemand weiß dass sich Ruppeschiefchen heißt nee dass hier ein offenes Fenster ist ja oh fuck Alter wer zum Geier bist du? und wo zum Geier kommst du her? wir kriegen hier nach ein Herz Kasper ähm weiß nicht ich ich glaube ich hab Gedächtnisverlust Gedächtnisverlust ja tja hier ist leider abgesperrt du musst wohl warten bis wir hier fertig sind oder bis dir wieder was einfällt was? kommt schon ihr macht ja hier nicht mal was wir führen hier eine intensive Tatortuntersuchung durch mein junger was für ein Tatort? wir wollen auf keinen Fall was wichtiges übersehen was ist denn hier überhaupt los? warum ist hier abgesperrt? irgendjemand hat wohl den Luftballontypen umgelegt was? er ist er ist tot? nee war knapp aber er lebt warum weißt du? weißt du irgendwas über die Sache? du kennst den Typen, stimmt's? ich? keine Ahnung sie wissen ja Gedächtnisverlust und so ich niemals hast du erwähnt? voll abgeschlossen tja wie auch immer der Typ hat eine beinahe tödliche Dosis Helium eingeatmet und sein Hirn hat nicht mehr genug Sauerstoff gekriegt shit das ist nicht gut nee mein Junge ist es gar nicht tatsächlich haben wir diese Kisten hier gefunden hat geknackt antike Sammelkarten Föderationsuniformen ein paar Replikas von berühmten Schwertern eine wahre Goldmine da sollte wohl eine Sammelbörse stattfinden aber nachdem sie abgesagt wurde haben sie den ganzen Krempel einfach weggeschmissen also nochmal zum Mitschreiben ihr durchwühlt hier lieber den ganzen Sammlerschrott anstatt an einem Fall zu arbeiten? so kann man es wohl ausdrücken man kann aber auch sagen wir haben gerade einen scheiß Wonderboy gefunden und müssen den jetzt dringend ausprobieren dafür braucht er wohl eine Konsole ne was? ne Konsole ihr wisst schon wie soll man sonst Wonderboy spielen? wir reden gar nicht von dem Wonderboy Junge hast du noch nie was von Cosmas legendärem Baseballschläger gehört? äh ich mag ja so Retro Sachen aber das ist mir zu retro ach was weißt du schon ähm ja ihr 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 klaut gerade man kann ja sagen was man will aber ihr seid diejenigen die gerade was klauen wenn der Eigentümer nicht will dass das Zeug jemand nimmt sollte er es nicht auf die Straße stellen ja genau das sagen Autodeeber auch immer hör zu Junge ich weiß nicht wer du bist aber ich sag dir mal was wir sind immer auf der Seite der Gerechtigkeit ja wenn wir uns ab und zu mal was an unseren Einsatzorten ausborgen dann doch nur weil wir nicht so viel verdienen wie Grissom oder Horatio außerdem ist das nur der hier in der Seitengasse rumliegt wir haben nicht gerade jemanden dafür verdreschen müssen naja du hast diesem Jungen eine gescheuert und ihm gesagt er soll sich verpissen der wollte das Teil das ich zuerst gefunden hatte welcher Junge der Kleine hat er den kleinen Ballonjungen geprügelt wenn ja dann bitte 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 also ich hoffe dass es das war und ich sage gut gemacht der kleine Bursche hat eine Trachtprügel verdient für einen Dreckski mal echt jetzt ich muss aus der Gasse hier raus tut mir leid Junge da musst du wohl warten und das hier dauert eine Weile fuck my life seid ihr die einzigen die an dem Fall arbeiten nee der Sarge ist bei den Ermittlungen federführend ja aber der ist in die Wohnung von diesen Betrunkenen es sind immer die Besoffenen die den meisten Ärger verursachen ja das glaube ich auch na gut dann macht man schön weiter Taser weil wir uns einen Taser schnappen können wir nicht einfach die Marke zeigen und dann rausgehen das wäre nicht grad schlau was da Taser ich beklau doch keinen Korb wieso nicht nennen wir 20 gute Gründe warum nicht mit den Reden bringt mich auch nicht weiter äh Sperrung einfach drüber ich springe nicht über eine Absperrung wieso nicht ja eine laminierte Karte wenn du das für eine gute Idee hältst wie wär's mal mit einer Pause vorm Spiel ich mach keine Pausen so kleine Pause Leute es wird nicht klappen jetzt kann ich was für den zeigen sollen ein ah ein Baseball hey warum probiert ihr den Wonderbed nicht aus was schwebt dir vor weiß nicht kann einer von euch den Ball treffen nett du hast schon seit Jahren keinen Baseballschläger mehr in der Hand gehabt du kommst ja nicht mal zu den Spielen gegen die Feuerwehr na und willst du sagen dass ich's nicht mehr drauf hab sagen singen will ich's vierstimmig wenn's sein muss es gibt nur einen Weg das herauszufinden na dann lass jucken Junge lass krachen und Strike shit warte muss nur erst warm werden klar man komm müssen wir jetzt noch ein Ball holen ok was passiert wenn er drei Strikes hat dürfen wir dann gehen ok nächster Versuch du verschwendest deine Zeit Junge halt die Klappe Ted los doch zeig was du drauf hast fertig und Strike Nummer 2 fuck verdammte scheiße irgendwas stimmt mit dem Schläger nicht ich dachte das wäre der Wonderbed Junge nervt mich nicht weil ich nämlich einen Taser hier hab und der will Action sehen ah meinst du nicht der Taser behindert dich beim ausholen vielleicht liegt's daran tja jetzt wo du's sagst vielleicht der ist schon etwas unbequem so sieht's aus ich könnte ihn eine Weile halten ok machen wir scheiß drauf hier ist das Teil hab dich was soll das gekichert äh nicht mir ist gerade nur ein Witz eingefallen Junge du bist nicht ganz sauber ja das höre ich andauernd soll wir die jetzt tesern oder sollen wir weiterspielen willst du's nochmal probieren lass stecken Junge du siehst doch dass er nichts mit dem Baseballschläger drauf hat halt die Schnauze Ted ich war zweiter Junior State Champ ja das ist aber ne Weile her hey nicht schwätzen schlagen rechte ich hab dir gerade deinen kleinen weißen Arsch versohlt ich wusste dass du das drauf hast hab dich nur ein bisschen anheizen ich hab nur einen Versuch und der muss sitzen also jetzt in der Zeit wo die den High Five machen ne ah ich hab zu lang gebraucht ok äh komm wir machen es nochmal ich dachte ich hol mir nochmal schnell einen Ball was du in Ruhe also wo es jetzt doch so schön läuft nochmal Junge wir sind hier bei der Arbeit ja offensichtlich komm schon Ted der Junge will nur meine Skills nochmal sehen klar ich eigentlich auch komm schon Junge hau einen raus das ist es doch man du hast ne Katze getroffen oder war das ein Koala keine Ahnung aber ich weiß wer mir High Five gibt aber klar Bruder ich hab nur einen Versuch und der muss sitzen jetzt hä hä ich hab nur gerade in dem Moment wo die sich die Hand geben das ist beide erwischt hä ok dann seh ich das doch noch irgendwie falsch was könnte man denn da noch machen die Wasserpistole mit dem Taser kombinieren dafür ist das nicht mit dem Ding fühle ich mich wie ein richtig schwerer Junge das muss nicht getasert werden hm das muss nicht getasert werden keine Ahnung hä oder soll ich den Ted tasern während die High Five geben naja es war doch gerade in dem Moment wo die sich High Five gegeben haben was hab ich gesagt ich bin der Größte sicher bist du das nett aber lass dir das nicht zum Kopf steigen ich will nicht dass du nur noch mit dem Schläger rumläufst warum nicht das ist der Wonder Batman das wäre vielleicht cool irgendwelche Penner damit zu verdreschen BÄM ja Geschäftspenner ich hab nur verarscht mich doch ja jetzt glaubt nicht dass es eine gute Idee ist Cops zu tasern aber wie komme ich hier sonst weg ja ich hatte keine Wahl sie haben mich gezwungen daran sollte ich nicht rumspielen oh der kleine Junge ist weg das Drecksbalk so was haben wir denn jetzt eigentlich gemacht äh wir waren jetzt bei Matt und haben das Bild geholt richtig das Bild aber wir wir reiten uns gerade in eine ganz schön krasse Bredouille rein wir haben den Kramer verarscht wir haben die die Tatortanalytiker getasert wir werden gesucht wegen der Affenaktion beim Psychiater das könnte noch problematisch werden hallo kann ich dir helfen ja ich brauche ne Milch und ne Tüte Chips sofort Kumpel warte mal so Zeug hab ich gar nicht was schau dir mal das Foto an warum bist du ein Bulle äh das Zeug bei mir im Lager gehört nicht mehr schau dir einfach nur das scheiß Foto an Mel hey ich kenn den Typen endlich ein Fortschritt woher kennst du den der war wohl vor ne Weile mal hier ja ganz sicher super hat er was gekauft hat er was gesagt er hat den heftigsten Revolver auf Erden gekauft den Magnomatic 9000 und er sagte er wollte äh ja er wollte Randall Hicks ummieten genau das war's und so etwas konntest du dir nicht merken aber wer ist Randall Hicks hat er gesagt wo er hin wollte tja vielleicht zur Wohnung von diesem Randall weißt du um den umzulegen ha 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 würde ich jetzt einfach mal raten alter nicht gut gar nicht gut ähm ja zurück zur Wohnung wir hätten also den ganzen Tag gar nicht machen brauchen und einfach nur in die Wohnung stellen äh können und dort abwarten können oder theoretisch wenn ich hier so einen Timer gebe das Problem ist halt bloß dass der uns jetzt ja immer noch abknallen will hallo Randall ich bin's Matt wie läuft's denn so bei der Zerstörung meines Lebens tja ist ja auch egal wenn du das hier liest bin ich schon tot zugegeben wir hatten ne geile Zeit zusammen obwohl du ein Idiot bist aber du warst immer mein bester Freund und wir kannten uns seit dem Sandkasten wir waren unzertrennlich dann kam Sally und es wurde sogar noch besser bis du beschlossen hast alles in die Scheiße zu reiten das zum Geier hat dich geritten Mann du warst früher echt mal cool PS ich hab gelogen bin gar nicht tot und warte mit ner Knarre auf dich auf dem Dach lass mich nicht zu lange warten ich hab hier 6 kleine Freunde die allesamt schneller sind als du ja wenn wir aufs Dach gehen sterben wir dann oder was Moment Moment wir gucken mal ja komm wir gehen ein bisschen saufen sollen wir zu Claytons ein paar Biere zischen wir wir könnten uns ein bisschen überleben und tot unterhalten du verdammtes Arschloch du hast mir Sally direkt vor meinen Augen ausgespannt und auch noch mit meinem eigenen Ring ich schieße dir die Rübe runter Matt es ist nicht wie du denkst tu nichts was du später bereuen wirst ich hab gar keine Zeit das zu bereuen ich blase mir die Birne weg gleich nachdem ich dich umgelegt hab oh ähm oh ja ich kann euren Anblick zusammen nicht ertragen Gott wenn ich nur daran denke wird mir kotzübel Matt komm schon ich kenne dich doch wenn dir schlecht ist liegt's nur am Alp warum reden wir nicht einfach über alles wie zwei gute Freunde du und ich zwei gute Freunde Freunde du spinnst wohl ein Freund würde mir nie so etwas antun hat er recht niemals aber theoretisch hat er es ihm ja auch gar nicht angetan die haben der Ring hat die Vergangenheit umgeschrieben das war ich nicht selbst ich war von einem fiesen ektoplasmischen Wesen besessen Randall du kannst dich nicht immer mit derselben Geschichte rausreden nicht dass du meinen Geburtstag vergessen hast und mir die Freundin ausgespannt hast Mann du bist echt das Letzte vom Letzten oh shit hatte ich dich schon mal benutzt? verdammt tja du weißt ja was Alkohol mit einem Gehirn anstellt nee Junge Blumenkübel aus dem Fenster werfen oder kleine Kinder fürs Leben zu traumatisieren ist eine Sache aber dem besten Freund die Freundin ausspannen? da geht's um Gefühle Randall Gefühle weißt du überhaupt was das ist? nee erklär mal du weißt dass ich dich liebe wenn du betrunken bist aber gerade fällt mir auf dass du echt langweilig bist wenn du betrunken bist und Liebeskummer hast denk doch mal nach was hätte ich denn davon dir Sally auszuspannen? du musst doch einsehen dass das keinen Sinn ergibt ich kann grad nicht klar denken ich will dass alles ganz einfach nur vorbei ist du denkst nicht klar Matt das tust du übrigens nie aber du musst mir hier einfach vertrauen ja klar wie bei dem Streich mit dem Bunsenbrenner im Föhn ja ach komm ich war von einem üblen ektoplasmischen Wesen besessen sicher warst du das üblen ektoplasmisches Wesen ach komm schon Matt ihr beide wart schon immer Freunde sollen wir uns das von irgendeiner hergelaufenen Schlampe kaputt machen lassen? nenn sie nicht Schlampe ich ich meinte nur das ist mir scheißegal ich will's nicht wissen so läuft das nicht hmmm ich schwör dir ich will gar nichts von Sally glaub mir tja so sah das aber gar nicht aus als du ihr meinen Ring gegeben hast und ihren Antrag gemacht hast und das war gerade mal gestern ja der Alkohol der Alkohol war es wir haben gestern Abend alle zu viel gesoffen warum vergessen wir das nicht einfach ich erschieße mich einfach so kann ich am besten vergessen hey was sag ich da ich sollte lieber dich erschießen äh alter ich weiß nicht was ich sagen soll ich ich muss wohl zu viel getrunken haben und der Witz ist mir etwas aus dem Ruder gelaufen ich ich weiß nicht ich kann mich an nichts erinnern nee Junge ich weiß es aber noch als wär's gestern gewesen ich kann dir das nicht verzeihen wie soll ich bei jemandem wie dir vernünftig bleiben ich hab mich geändert ich hab mich geändert ehrlich ich weiß es war nur ein Tag aber ich bin ein komplett anderer Mensch am Arsch bist du ich blase mir die Rübe weg und du wirst es dein Leben lang auf dem Gewissen haben äh ich dachte du willst erst mal Randall erschießen Matt ich bin's Randall ich habe kein Gewissen ich kenn dich gar nicht mehr Mann mach dich bereit ich blase dich jetzt weg nee ich blase mich jetzt selbst weg könnte nicht mit der Schuld leben hör mir zu komm schon Matt hör mir zu lass dir das erklären äh nee lass ich nicht komm schon Matt reden wir halten wir ein kleines Schwätzchen und danach kannst du mich ja immer noch umlegen oh okay lass hören was du zu sagen hast ich würde Sally niemals anbaggern Bullshit ich glaub dir nicht Mann ich kann mich an gestern kein Stück erinnern du hast Sally mit meinem Ringen Antrag gemacht direkt vor meiner Nase und sie hat ja gesagt warum hat sie ja gesagt das macht gar keinen Sinn das macht mich genauso fertig wie dich ich schwöre ich will es wieder gerade biegen und wie soll das bitte gehen ich rede mit Sally bevor oder nachdem du mit ihr ins Bett gehst dazwischen irgendwo ehrlich gesagt ich weiß es auch nicht das soll's dann sein ich wünschte ich könnte was anderes sagen aber ich konnte Sachen noch nie richtig gut wieder gerade biegen weißt du Randall das ist alles ganz schön scheiße aber ich glaub dir also was jetzt zuerst legst du vielleicht mal die Knarre weg ja ich schwöre ich will gar nichts von Sally mein Wort drauf nee fuck ich geb jetzt nicht nach ich hab was angefangen und das führe ich jetzt auch zu Ende gute Einstellung ja ja ich geh nirgends hin bis das hier nicht ausgestanden ist tja das wird dann auch egal sein sobald die Knarre hier ihren Zweck erfüllt hat wow das klang wie Eastwood mit nem bisschen Bronzen Matt du weißt echt wie man sich Respekt verschafft dafür kann ich die Zimalzahlen multiplizieren genug gequatscht irgendwelche letzten Worte oh Gott so viel Text oh der ist gut äh von von Truman Show guten Morgen und falls wir uns nicht nochmal sehen guten Tag guten Abend und gute Nacht ich ich kann's nicht verdammte Scheiße ist okay komm schon Alter nimm das Ding runter unterhalten wir uns ein bisschen oh oh ne der geht jetzt los der geht jetzt los was nein 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 das darf doch nicht wahr sein nein stehen geblieben keine Bewegung Penner dein Arsch gehört mir was zum Geier machen sie denn hier und warum beleidigen mich immer alle die ne Knarre auf mich richten Randall Hicks sie sind verhaftet was wieso warum wegen des Mordes an Matthew Griffin oder willst du das etwa da sind keine Fingerabdrücke auf der Waffe von ihm wissen sie was machen sie doch was sie wollen ich würde sagen checken sie erstmal Fingerabdrücke Alter nein Tag 6 Montag sie rauchen nein danke ich höre gerade damit auf steht's im Knast der erste Tag ist der schwerste das steht einwandfrei fest und wenn sie dich in die Zelle stecken und das Gitter krachten zuschlägt dann weißt du dass es kein Traum ist im Bruchteil einer Sekunde ist dein Leben dahin nichts bleibt davon übrig du hast nun alle Zeit um darüber nachzudenken und ein Maßband in deiner Tasche warum ist der nicht zu Hause aufgewacht im Knast? echt jetzt? ich hasse das Leben warum ist der im Knast aufgewacht? Heiliger Odysseus 31 Randall Hicks du lebst noch? was? sieht so aus du bist also mein neuer Zellengenosse was? ist schon erstaunlich der berühmteste Insasse hier der über den die ganze Welt spricht ist niemand anders als der gute alte Randall Hicks Charlie im Knast das wird ein Spaß das kann ich dir sagen Moment mal warum bin ich denn so berühmt? tja du weißt schon wegen dem was du getan hast nein weiß ich nicht also spuck's aus hab gerade keine Lust auf Rätselraten entspann dich man das sind nur so Gerüchte gib nichts auf die wir sind hier drin doch eh alle unschuldig klar ich kann's immer noch nicht glauben du und ich Zellengenossen wie viel hast du denn gekriegt Kumpel? ehrlich gesagt ich weiß es nicht und es ist mir auch egal ich überlebe das hier keinen Tag lang da bin ich mir sicher Kopf hoch Mann ist doch gar nicht so schlecht hier vielleicht bist du ja sogar ganz nützlich mach dir da mal keine falschen Vorstellungen ich werde bestimmt nicht deine Ersatz-Super-Zuckerschnecke-Gummipuppe das wird auch nicht nötig sein Alter was ist denn los? warum sind wir nicht zu Hause aufgewacht? und warum ist der Charlie hier und tut so als wäre er ja schon lange hier? ist jetzt die Vergangenheit so stark umgeschrieben? dass alle Charaktere aus der Stadt die wir kennen auch hier im Knast sind? Alter was ist los?